Liebe Aliens, bitte anschnallen, wir setzen jetzt zum Landanflug auf die Erde an. Neuhaus. Was? Neuhaus? Ja, Neuhaus an der Oste. Neuhaus an der Oste? Noch nie gehört. Neuhaus liegt an der Oste, dem längsten linken Nebenfloss der Niederelbe zwischen Stade und Cuxhaven. Ein romantischer, verträumter Flecken. Auf dem riesigen Adventure-Mini-Golfplatz können Sie einlochen und sich herrlich entspannen. Falls Sie mit dem Wohnmobil angereist sind, gibt es hier wunderschöne Stellplätze, direkt am Wasser. Mal in Ruhe die Seele baumeln lassen. Die Marsch liegt hier teilweise unter dem Meeresspiegel. Aber keine Angst, das Land wird von hohen Deichen vor den Fluten der Nordsee geschützt. Auf einzelnen Burken haben hier schon vor über tausend Jahren Menschen gesiedelt. Der Oste-See. Mit seiner Wasserski-Anlage. Ja, und da geht es auch schon los für die ganz Sportlichen. Die erste Hürde. Die Platz. Die wäre elegant genommen. Oh, dieses Hindernis ist ganz schön schwierig. Auch nicht so einfach, aber flutsch und tauchen stehen im Wasser ein. Ja, wo radeln wir denn nun entlang? Rechts die Deichstraße oder links die Poststraße? Anstatt erstmal gemütlich in Wiebkes Klönstuf ein Kaffee zu trinken. Nein. Rechts. Nein, links. Oder doch rechts. Rechts die Deichstraße entlang. Dort wurden früher die Häuser auf der Deichkrone gebaut. Ganz egal, welche Straße hier, treffen beide wieder zusammen. Der historische Hafen. Vor ca. 200 Jahren wegen seiner Zollstation der wichtigste Hafen an der Unterelbe. Mit um die 5000 Anlandungen von seegängigen Schiffen. Welche Wandlung. Heute ein verträumter Hafen. Einen Tagestorf in Hamburg und dann ab in die Koje. Hier im Neuhaus steht die Kirche noch mitten im Ort. Die barocke Imhauskirche wurde 1729 eingeweiht. So, nach all diesen Anstrengungen erstmal eine kleine Erfrischung. Die alte Schnapsbrennerei Ulex mit dem alten Gasthaus. Da kann man auf der Terrasse sehr schön einen Ulexen unter dem Pimpernuss bauen. Das Haus gebraute, naturtrübe, helle und dunkle, sehr lecker. Wenn früher mal jemand einen über den Durst geulext hat, dann musste er schon manchmal im ehemaligen Amtshaus seinen Rausch aufschlafen. Ja, das gefällt uns. Fröhliche Menschen, die das Leben miteinander genießen. Neuhaus, ja voll geil, da muss ich mal wieder hin. Neuhaus, ja voll geil, da muss ich mal wieder hin. Neuhaus, ja voll geil, da muss ich mal wieder hin. Vielen Dank.